Wenn Sie Menschen auf der Straße sehen, ganz gewöhnliche Menschen, geht es nicht Ihnen auch manchmal so, dass Sie sich überlegen, für welche Rolle Sie sich eignen würden. Und wenn Sie die Gesichter sehen, von Menschen, die Sie nicht kennen, dass Sie sich die Geschichte zu denken versuchen, die zu diesem Menschen passen würde. Wobei es natürlich sein kann, dass die Geschichte, die jeder dieser Menschen hat, gar nicht seine passende Geschichte ist. Wie lange sind Sie vor? 14 Tage. Wo? Da unten. Darf ich mal in die Linie schauen? Ja. Danke. Danke. Er ist eine Købenre Frau. Ja, eine Købenre Frau. Dane Jache. Dankeschön, ja. Kanschi. Kanschi schön. Güzel. Das war Max Frisch, Schriftsteller. Ein Mann, wie wir Schweizer ihn brauchen können. Sigmund Wittmer, Stadtpräsident in Zürich. Willi Sutter, Kassier. Garry Schoberköllner, Restaurant Kronenhalle. Hans Rohr, Buchhändler. Brandwachschef, Stellvertreter, Feuerwehrmann. Max Frisch ist ein Berater in Zürich für unser neues Schauspielhaus. Ich kenne ihn als einen hart arbeitenden, seriösen Schaffer, der viel denkt. Herr Frisch ist Kunde der Schweizerischen Kreditanstalt, gegründet 1856. Er kommt eher unregelmäßig, ist sehr energisch und hat eine kleine, runde Nase. Die Buchhandlung ist 50 Jahre alt. Wenn Herr Frisch kommt, stöbert er und findet immer etwas. Er ist untersetzt, trägt Hornrille, hat braune Augen, raucht die Pfeife und hat Haare wie ein Künstler. Ich kenne den Herrn Frischer, er kommt viele Jahre hierher. Er ist groß und hat blaue Augen. Er sitzt immer an diesem Tisch und isst seine Leberknödel-Suppe. Er raucht sehr gerne, deshalb haben wir im Schauspielhaus, im Alten, immer Schwierigkeiten mit ihm und der Feuerpolizei. Er ist großartig. 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 Schauspielhaus, das größte Theater der Stadt. Ein neues Stück wird geprobt. Es heißt Biografie. Herr Frisch nennt es ein Spiel. Es ist ein neuntes Stück, offensichtlich eine sehr interessante Arbeit. Als Stückgeschreiber, der nicht selber Regie führt, brauche ich die Zusammenarbeit mit einem Regisseur. Ich freue mich sogar im Allgemeinen auf diese Zusammenarbeit. Die Zeit der Proben ist für mich die letzte Stufe der kreativen Arbeit. Sie haben ein neues Stück geschrieben. Mit dem Titel Biografie. Worum handelt es sich? Es geht immer um dasselbe leider. Formulare. Eheschwierigkeiten. Ausländer. Non-Konformisten. Schwierige. Kontrolleure. Interaktuelle. Ein Mann fühlt sich nicht wohl in seiner Biografie, übrigens eine vollkommen normale Biografie. und er bekommt die Gelegenheit, sein Leben noch einmal anzufangen. Das heißt, eine andere Biografie zu probieren auf der Bühne. Daten. Frisch Max Rudolf, geboren am 15. Mai 1911 in Zürich. Vorname des Vaters Franz. Beruf Architekt. Mädchennamen der Mutter Wildermut. Beruf Hausfrau. Passnummer 0577238. Besondere Merkmale nicht bekannt. Politische Meinung. Verheiratet. Gesetzlich einmal. Kinder. Drei. Veröffentlichungen. Ein Tagebuch. Vier Romane. Neun Theaterstücke. Was auffällt, das verkrampfte unser Landsleute, das Unfrei unseres Umgangs, ihre Gesichter voll Fleiß und Unlust. Wenn ich noch einmal aus freien Stücken wählen könnte, was die Geburt schon entschieden hat, möchte ich trotzdem nichts anderes als Schweizer sein. Als Junge las Frisch nur zwei Bücher. Don Quixote und Anker Toms Hütte. Sie genügten ihm. Hauptsächliche Interessen, Fußball und nebenbei Theater. Titel seines ersten Stücks, Stahl. Max war 16. Max Reinhardt lehnte es ab, wünscht aber, künftige Arbeiten zu sehen. Folge, weitere Stücke. Themen, die Ehe und die Eroberung des Mondes. Sonntag. Besuch des neuen Museums. Der letzte Entwurf von Le Corbusier. Gebaut und finanziert von Fräulein Heidi Weber aus Zürich. Zeit ist nicht wirklich. Das Licht muss durch ein Prisma gehen, damit wir es sehen können. Die Zeit hat eine gleiche Funktion. Ohne die Zeit können wir keine Geschichte sehen. Und unsere Erfahrung wird nicht sichtbar. Ich weigere mich zu glauben, dass Dinge, nur weil sie geschehen sind, einen Sinn haben, dass sie zwangsläufig gewesen sind, dass sie unvermeidbar gewesen sind. Nun ist es allerdings so, dass wir Menschen es sehr schwer ertragen, unsere Geschichte nicht als eine sinnvolle Geschichte zu sehen. Wir haben natürlich den Wunsch, was geschehen ist, als ein Schicksal zu betrachten. Denn wir müssen es ja tragen. Im Alter von 22 bis 25 Journalist. Themen, Umzüge, Feuerwerke, Feuersbrünste, Frühling im Zoo und so weiter. Warum haben Sie aufgehört zu schreiben? Danke. 1936, ein neuer Beruf, Architektur. Max verbrennt alles Geschriebene und hat den festen Vorsatz, nicht mehr zu schreiben. Wenn ich jetzt zurückschaue, so bin ich sehr dankbar, sehr froh darüber, dass ich diesen Umweg zur Literatur gemacht habe, weil er hat mir die Möglichkeit gegeben, in einen reellen Kontakt mit der Wirklichkeit zu kommen, eine Funktion zu haben und nicht nur als Schriftsteller soziale Probleme zu beobachten, sondern ich musste selber ein Angestellter sein. Ich musste selber, was auch nicht leichter ist, ein Boss sein. Kriegsjahre, Architekturdiplom, Heirat, 500 Tage Militärdienst, Wachtposten an der österreichischen Grenze. Frisch hat wieder angefangen zu schreiben. Warum haben Sie wieder angefangen zu schreiben? Ich habe eine lange Zeit, etwa zehn Jahre lang, beide Berufe nebeneinander ausgeführt und dann musste ich eine Entscheidung fällen, weil beide Berufe beanspruchen den Menschen so voll und ganz. Und ich hatte auch etwas Angst vor diesem einfachen Scherz, dass die Leute von der Literatur sagen, es soll ein guter Architekt sein und die Leute von der Architektur sagen, es soll ein guter Schriftsteller sein. Schwimmbad, Letzigraben, Gartenanlagen, Aschenbäcker, Umkleideräume mit Garderogenhaken, Sonnenterrassen, Tischtennis und Schwimmbassins für Kinder, Erwachsene und Sportler. Gebaut 1949. Architekt Max Frisch. Eine sehr schöne Anlage. Ja, ich finde es immer noch möglich. Ein Bildhauer kam zu mir und bat mich um eine Inschrift für ein Denkmal. Sie wussten nicht, für wen dieses Denkmal sein soll. So schrieb ich eine Inschrift für ein Antidenkmal. Hier ruht 1967 niemand, kein großer Zürcher, Denker und Staatsmann, kein Zeitgenosse, Patriot, Reformator der Schweiz im 20. Jahrhundert, Begründer der Zukunft, die trotzdem kommt. Kein berühmter Flüchtling wohnte hier oder starb ungefähr hier zum Ruhm unserer Vaterstadt. Kein Ketzer wurde hier verbrannt. Hier kam es zu keinem Sieg. Keine Sage, die uns ehrt, erfordert hier ein Denkmal als Stein. Dieser Stein, der stumm ist, wurde richtet zur Zeit des Krieges in Vietnam. Aber es kann natürlich vorkommen, dass diese Zusammenarbeit nicht gelingt, wie in dem heutigen Fall, mit dem traurigen Ergebnis, dass wir die Aufführung absagen mussten. Nicht, weil der Regisseur ein schwacher Künstler wäre, aber weil seine Intentionen und meine Intentionen grundverschieden sind. Ein Schauspieler kann vielleicht dumm und groß sein. Ein Dichter, fürchte ich, kann das nicht. Ich weiß es. Ich bin, was man zur Seite einen Non-Konformisten nennt. Ein Intellektueller, der die herrschende Klasse durchschaut. Und zwar ziemlich genau, jedenfalls mit Entsetzen oder mindestens mit Ethik. Aber das genügt ihm. Ab und zu unterzeichne ich einen Aufruf, eine Kundgebung für oder geben. Proteste zugunsten meines Gewissens, solange Gewissen noch bestattet ist. Und im Übrigen arbeitet der Non-Konformist an seiner Karriere. Sind Sie das, Herr Frisch? Oder ist das der Held? Nein, ich bin nicht der Held. Natürlich nicht. Aber manchmal kann ich ihn verstehen. Die Luft um einen Schauspieler bei der Arbeit ist selten die kühle Luft einer Werkstatt. Meistens die Luft eines Boudoirs, unglücklicherweise. Glauben Sie, dass die Biografie, die ein Individuum nun einmal hat, verbindlich ist? Ausdruck einer Zwangsleugigkeit. Oder aber, ich könnte je nach Zufall auch eine ziemlich andere Biografie haben. Und die man eines Tages hat, diese unsere Biografie, mit allen Daten, die einem zum Hals heraushängen, sie braucht nicht einmal die Wahrscheinlichste zu sein. Sie ist nur eine mögliche, eine von vielen, die ebenso möglich wären. Stopp! Unter denselben gesellschaftlichen und geschichtlichen Bedingungen, mit derselben Anlage der Person. In Zürich haben wir einen Stadtpräsidenten, eine Universität, genug Feuerwehr und so weiter. Außerdem einen See, 180 Banken, 95 Konditoreien, 85 Uhrengeschäfte etc. Max Frisch hat ein Apartment im höchsten Gebäude von Zürich. Er wohnt im obersten Stockwerk. Das ist es. Algesür gegen Frisch kam vom Neustück. Der Schriftsteller erkannte sein Stück nicht wieder. Das Zürcher Schauspielhaus hat die für den 7. Oktober angesetzt... Selbstverständlich ist es meine Pflicht als Stückgeschreiber, die Kritik des Regisseurs anzunehmen oder zu prüfen. Aber ich kann mich seinen Intentionen nicht unterwerfen, sonst ist es nicht mehr mein Stück, sondern ein anderes. Und was ich ja will, wenn ich ein Stück schreibe, das ist nicht der Erfolg auf der Bühne, oder jedenfalls nicht in erster Linie, sondern ich will meine Erfahrung ausdrücken und ich will mein Stück prüfen auf der Bühne. 23. September. Die Uraufführung des 9. Frisch-Stückes Biografie findet nicht statt. Der Regisseur Rudolf Nölte und der Autor sind sich nicht einig, wer von beiden das Stück versteht. Der Regisseur reist ab. Das Bühnenbild ist zu versteigern. Max Frisch geht aufs Land. Berzona 82 Einwohner, Landhaus des Schriftstellers. Das ist mein erstes eigenes Haus. Ich habe den Platz gefunden, als ich Gast war, bei Alfred Anders, der in Berzona wohnte. Sie könnten fragen, warum haben Sie als Architekt nicht ein neues Haus gebaut. Ich glaube, ich würde es schlecht aushalten, in einem eigenen Werk zu wohnen, immerzu in einer eigenen Konfession zu leben. Ich bin gewohnt, jeden Vormittag zu arbeiten, möglichst früh. Ich arbeite dann vier oder fünf Stunden. Das Studio des Schriftstellers, weiß gestrichen. Max Frisch arbeitet an diesem Tisch, sehr solide. Hier hat er auch sein neues Stück geschrieben. Ich liebe es, direkt in die Schreibmaschine zu schreiben, weil es übersichtlicher ist und weil sich leichter ein Schreibmaschinentext korrigieren lässt. Ich gehöre zu denen, die sehr viel korrigieren, die eine Sache sehr oft wieder schreiben. 1946, Tagebuch, Marionetten, Gaffee Odeon, der Jude, individuelle und historische Rollen, 1947, dasselbe, 48, dasselbe. Würden Sie zugeben, dass Ihre Präokupationen als Schriftsteller sich eigentlich kaum verändert haben? Das ist richtig. Und als ich es zuerst erkannt habe, war ich darüber sehr erschreckt. Jetzt bin ich es nicht mehr. Ich meine, dass die meisten Menschen vielleicht anderthalb Grundprobleme haben und die Aufgabe des Künstlers ist es, dieses, sein Problem herauszufinden. Was wichtig ist, das Unsagbare, das Weiße zwischen den Worten. Wie soll man das verstehen, Herr Frisch? Heißt es, dass nichts in Ihren Büchern autobiografisch ist? Es geht mir nie darum, mein Leben zu erzählen, sondern eine Erfahrung mitzuteilen an Beispielen. Viele Beispiele, die für autobiografisch gehalten werden, sind vollkommen erfunden. Andere, die als erfunden gelten, sind faktisch autobiografisch. Hier herrscht immer ein großer und für mich zum Teil peinlicher, zum Teil amüsanter Irrtum. Wie viel privates Material verwenden Sie? Ziemlich viel, vielleicht zu viel. Um was geht es in Ihrem Roman Stiller? Stiller, das ist die Geschichte von einem Mann namens Stiller, der leugnet, dass er Stiller sei. Ist die Frage nach der Identität nur ein modernes Problem, nicht auch eine moderne Erfindung? Als ich aber Stiller geschrieben habe, wusste ich selber gar nicht, dass es um das Problem der Identität geht, sondern es war für mich ein sehr individuelles, ein sozusagen privates Problem. Erst als das buchwerblich geschrieben war, sah ich, dass es ein Problem, ein zentrales Problem unserer Zeit ist. Wir sind umgeben von einer Welt, die uns fremd ist, die uns nicht ausdrückt, die nicht zu benutzen ist als Spiegel, der uns zeigt, wer wir sind. Sind einige ihrer Werke zu verstehen als politische Parabeln, zum Beispiel Andorra? Andorra ist eine politische Parabeln. Geht es in Andorra um Antisemitismus? Ja und nein. Der Antisemitismus in Andorra ist ein Beispiel für eine viel allgemeinere Halte, ein viel allgemeineres Problem und dieses Problem wäre, kurz gesagt, der Einzelne und die Gesellschaft. Und zwar in dem Sinn, dass die Gesellschaft sich ein Bild von einer Figur macht und die Figur zwingt, so zu sein, wie die Gesellschaft will. Warum tut das die Gesellschaft? Sie hasst sich selber, sie sieht eigene Schwächen, die sie nicht aushält und diese Schwächen überträgt sie auf einen Sündenbock. Sie sagten zuerst, sie glauben nicht an eine Kollektivschuld, aber ihr Stück zeigt, dass es eine gibt. Ist das nicht ein Widerspruch? Ja, aber das ist immer so, wenn ich schreibe, beginne ich wahrscheinlich mit einer Überzeugung, aber ich schreibe nicht, um diese Überzeugung zu lehren, sondern um sie zu prüfen. Schreiben ist dann eine Art Forschung. Man ist neugierig, was durch das Schreiben herauskommt, für mich selbst. Es ist ein Abenteuer, dass man am Ende eines Werkes anderswo stehen kann als zu Anfang und das ist ja das eigentliche Faszinierende am Schreiben überhaupt. Glauben Sie an eine Kollektivschuld, Herr Frisch? Sind wir alle schuldig? Natürlich, wenn wir Kollektivschuld hören, so würde ich zuerst sagen, nein, so wie es gebraucht wurde nach dem Krieg in Bezug auf Deutschland. Das Stück aber auf der anderen Seite beweist geradezu gegen diese Meinung, dass es eine Kollektivschuld gibt. Es gibt nicht einen Einzelnen, der der Mörder von diesem jungen Mann ist, sondern alle zusammen bringen diesen Mord zustande. Die Gemeinschaft ist der Mörder des Einzelnen geworden in dieser Parabel. Sehr schön, Max, sehr gut. Aber glauben Sie immer, was Sie sagen? Während des Schreibens ja, natürlich oft auch mit Ironie. Nachher stellt sich manchmal heraus, dass ich mir einen Glauben selber vorspielte, dass ich mir einen Glauben vortäuschte, der nie vorhanden gewesen ist. Fällt es Ihnen leicht, selbstironisch zu sein? Es ist nicht leicht, aber manchmal ist es der einzige Weg überhaupt, um sich selber auszuhalten. Stille wurde veröffentlicht 1954. 1954. Die meisten Kritiker halten es für ihr erfolgreichstes Buch. Sind Sie im Allgemeinen einverstanden mit Ihren Kritiken, Max? Die Kritik ist für mich ziemlich wichtig. Ich meine, die intelligente Kritik, die nicht allzu oft vorkommt, leider. Wichtig, weil die Kritik zeigt mir meine eigene Position. Das heißt, es kann vorkommen, dass ich eine eigene Arbeit durch die Kritik besser verstehe, als ich sie beim Schreiben selbst verstanden habe. Ich brauche die Kritik, weil ich an ihrer Reaktion ablesen kann, wie weit es mir gelungen ist, meine Intentionen zu verwirklichen. Die Kritik, Ladies and In Ihren Büchern kommt eigentlich nur eine politische Partei vor, die Kommunistische Partei. Viele von Ihrer Generation waren Mitglieder, Sie nicht. Überhaupt sind Sie nie einer politischen Partei beigetreten. Warum nicht? Ja, ich bin wahrscheinlich das, was man heute einen Non-Konformisten nennt. Ich bin nicht stolz darauf. Ich möchte sagen, es gibt zwei Arten von Menschen, die einen, die die Welt ändern wollen und dazu eine politische Aktivität übernehmen, die also willens sind, für einen guten Zweck, nach Ihrer Meinung einen guten Zweck, jedes Mittel zu gebrauchen. Und es gibt die anderen, zu denen gehöre ich dann, die eine Scheu davor haben, Mittel zu gebrauchen, die sie verachten. Das sind nicht die besseren Menschen und sind schon gar keine Heiligen, sondern sie haben die Funktion, die Kritiker zu sein, die Menschen zu sein, die das Gewissen wachhalten, die sich selbst und der Umgebung bewusst machen, dass die Welt geändert werden muss. Es ist manchmal sehr schwer, kein aktiver politischer Mensch zu sein und doch politisch zu denken. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es beide Arten von Menschen wohl geben muss, also den Aktivisten und den nicht aktiven Kritiker der Gesellschaft. Zu den Letzteren gehöre ich, ich kann das nicht wählen, das ist eine Sache sozusagen der persönlichen Konstitution. Zeitungen schreiben über Sie. Sie werden interviewt. Die Kritik beschäftigt sich mit Ihnen. Sind auch Sie in eine Rolle gedrängt worden, in die Rolle des erfolgreichen Schriftstellers? Jetzt bin ich in der Rolle, ich weiß nicht wie lang, solange ich es bin, hoffe ich, dass ich Sie mit Humor spiele. Sind Sie ein Optimist? Ja, was denkst du dir? Ich? Ich? Ein polischer Maler, er gibt eine Party, er sagt, frisch kommt auf. Das ist ein, was ich hier Ostern? Alex Sekowski. Tumkei Toast. Tumkei Toast. Umyl Czernik. Marjan. Max Frisch. Das war's. I first set my eyes as we flowed in my room As we with our wheelbarrow through the trees broad and narrow Crying for bells and bells, alive, alive, alive Alive, 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 alive Oh, this is great Yeah, great, who is the greatest? Max, Frisch is the greatest Nobody does it Everybody knows, German Meisters, Frisch is the greatest Es gibt viele Möglichkeiten, ein Spiel zu beenden Dieser Schluss ist nie gespielt worden Ich habe Schwierigkeiten Ausländer, Non-Konformisten, Schwierige, Kontrolleure, Intellektuelle Ein Mann fühlt sich nicht wohl in seiner Biografie Übrigens eine vollkommen normale Biografie Und er bekommt die Gelegenheit, sein Leben noch einmal anzufangen Das heißt, eine andere Biografie zu probieren auf der Bühne Daten Frisch, Max Rudolf, geboren am 15. Mai 1911 in Zürich Vorname des Vaters, Franz Beruf, Architekt Mädchennamen der Mutter, Wildermut Beruf, Hausfrau Passnummer 0577238 Besondere Merkmale, nicht bekannt Politische Meinung Verheiratet Gesetzlich einmal Kinder, drei Veröffentlichung Ein Tagebuch Vier Romane Neun Theaterstücke Was auffällt, das verkrampfte unserer Landsleute Das Unfrei unseres Umgangs Ihre Gesichter voll Fleiß und Unlust Wenn ich noch einmal aus freien Stücken wählen könnte, was die Geburt schon entschieden hat Möchte ich trotzdem nichts anderes als Schweizer sein Als Junge las Frisch nur zwei Bücher Don Quixote und Anker Thoms Hütte Sie genügten ihm Hauptsächliche Interessen Kriegsjahre Architekturdiplom Heirat 500 Tage Militärdienst Wachtposten an der österreichischen Grenze Frisch hat wieder angefangen zu schreiben Warum haben Sie wieder angefangen zu schreiben? Ich habe eine lange Zeit, etwa zehn Jahre lang, beide Berufe nebeneinander ausgeführt Und dann musste ich eine Entscheidung fällen Weil beide Berufe beanspruchen den Menschen so voll und ganz Und ich hatte auch etwas Angst vor diesem einfachen Scherz Dass die Leute von der Literatur sagen, es soll ein gut Architekt sein Und die Leute von Architektur sagen, es soll ein guter Schriftsteller sein Schwimmbad Letzigraben Gartenanlagen, Aschenbächer, Umkleideräume mit Garderogenhaken Sonnenterrassen, Tischtennis und Schwimmbassins für Kinder, Erwachsene und Sportler Gebaut 1949 Architekt Max Frisch Eine sehr schöne Anlage Ja Ich finde es immer noch möglich Ein Bildhauer kam zu mir und bat mich um eine Inschrift für ein Denkmal Sie wussten nicht, für wen dieses Denkmal sein soll So schrieb ich eine Inschrift für ein Antidenkmal Hier ruht 1967 Niemand Kein großer Zürcher Denker und Staatsmann Kein Zeitgenosse Patriot Reformator der Schweiz im 20. Jahrhundert Begründer der Zukunft Die trotzdem kommt Kein berühmter Flüchtling wohnte hier Oder starb ungefähr hier Zum Ruhm unserer Vaterstadt Kein Ketzer wurde hier verbrannt Hier kam es zu keinem Sieg Keine Sage, die uns ehrt Erfordert hier ein Denkmal als Stein Dieser Stein, der stumm ist Wurde richtet zur Zeit des Krieges in Vietnam Es kann natürlich vorkommen, dass diese Zusammenarbeit nicht gelingt Wie in dem heutigen Fall Ich kenne ihn als einen hart arbeitenden, seriösen Schaffer, der viel denkt Herr Frisch ist Kunde der Schweizerischen Kreditanstalt, gegründet 1856 Er kommt eher unregelmässig Ist sehr energisch Und hat eine kleine, runde Nase Die Buchhandlung ist 50 Jahre alt Wenn Herr Frisch kommt, stöbert er und findet immer etwas Er ist untersetzt, trägt Hornbrille, hat braune Augen, raucht die Pfeife und hat Haare wie ein Künstler Ich kenne den Herr Frisch, er kommt viele Jahre hierher Er ist gross und hat blaue Augen Er sitzt immer an diesem Tisch und isst seine Leberknödel Suppe Er raucht sehr gerne, deshalb haben wir im Schauspielhaus, im Alten, immer Schwierigkeiten mit ihm und der Feuerpolizei Das ist das Zürcher Schauspielhaus, das größte Theater der Stadt Ein neues Stück wird geprobt, das heißt Biografie Herr Frisch nennt es ein Spiel Es ist ein neuntes Stück, offensichtlich eine sehr interessante Arbeit Als Stückgeschreiber, der nicht selber Regie führt, brauche ich die Zusammenarbeit mit einem Regisseur Ich freue mich sogar im Allgemeinen auf diese Zusammenarbeit Die Zeit der Proben ist für mich die letzte Stufe der kreativen Arbeit Sie haben ein neues Stück geschrieben Mit dem Titel Biografie Warum handelt es sich? Es geht immer um dasselbe, leider Formulare Wenn Sie Menschen auf der Straße sehen, ganz gewöhnliche Menschen, geht es nicht Ihnen auch manchmal so, dass Sie sich überlegen, für welche Rolle Sie sich eignen würden Und wenn Sie die Gesichter sehen, von Menschen, die Sie nicht kennen Dass Sie sich die Geschichte zu denken versuchen, die zu diesem Menschen passen würde Wobei es natürlich sein kann, dass die Geschichte, die jeder dieser Menschen hat Gar nicht seine passende Geschichte ist Wie lange sind Sie vorgesehen? 40 Tage, bitte Ja, da und da Darf ich mal rein, oder? Ja Danke 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 Tschüss Das war Max Frisch, Schriftsteller. Ein Mann, wie wir Schweizer ihn brauchen können. Sigmund Wittmer, Stadtpräsident in Zürich. Willi Sutter, Kassier. Garage, Oberköllnach, Restaurant Kronenhalle. Hans Rohr, Buchhändler. Brandwach-Chef, Stellvertreter, Feuerwehrmann. Max Frisch ist ein Berater in Zürich für unser neues Schauspielhaus. Fussball und nebenbei Theater. Titel seines ersten Stücks, Stahl. Max war 16. Max Reinhardt lehnt es ab, wünscht aber, künftige Arbeiten zu sehen. Folge, weitere Stücke. Themen, die Ehe und die Eroberung des Mondes. Sonntag, Besuch des neuen Museums. Der letzte Entwurf von Le Corbusier. Gebaut und finanziert von Fräulein Heidi Weber aus Zürich. Zeit ist nicht wirklich. Das Licht muss durch ein Prisma gehen, damit wir es sehen können. Die Zeit hat eine gleiche Funktion. Ohne die Zeit können wir keine Geschichte sehen. Und unsere Erfahrung wird nicht sichtbar. Ich weigere mich zu glauben, dass Dinge, nur weil sie geschehen sind, einen Sinn haben, dass sie zwangsläufig gewesen sind, dass sie unvermeidbar gewesen sind. Nun ist es allerdings so, dass wir Menschen es sehr schwer ertragen, unsere Geschichte nicht als eine sinnvolle Geschichte zu sehen. Wir haben natürlich den Wunsch, was geschehen ist, als ein Schicksal zu betrachten, denn wir müssen es ja tragen. Im Alter von 22 bis 25 Journalist. Themen, Umzüge, Feuerwerke, Feuersbrünste, Frühling im Zoo und so weiter. Warum haben Sie aufgehört zu schreiben? Wenn ich jetzt zurückschaue, so bin ich sehr dankbar, sehr froh darüber, dass ich diesen Umweg zur Literatur gemacht habe, weil er hat mir die Möglichkeit gegeben, in einen reellen Kontakt mit der Wirklichkeit zu kommen, eine Funktion zu haben und nicht nur als Schriftsteller soziale Probleme zu beobachten, sondern ich musste selber ein Angestellter sein. Ich musste selber, was auch nicht leichter ist, ein Boss sein.